Wir bleiben da ganz klar mit unserer Haltung. Wir wollten eben die dezentralen Strukturen. Wir wollen die doch auch sehr wirtschaftliche Onshore-Windkraft mit 9 Cent am Standort, die wollen wir weiter auch in Bayern sehen. Wir wollen eben dieses Marktinstrument der erneuerbaren Energien, diese Chance, diese Arbeitsplätze, die wollen wir in Bayern erhalten. Wir wollen eben keine Abhängigkeit. Wir wollen, dass wir das, was mal der Ministerpräsident sagte, Spitze in Deutschland wollen wir sein und eben mit all diesen Bausteinen und nicht nur auf eine Energietechnik heruntergebrochen.